Guten Tag, mein Name ist Ralf Tinius. Ich bin Chefarzt der Neurologie und der Neurologischen Frührehabilitation in Sesen. Wir betreuen ein überregional zertifiziertes Stroke-Unit-Abteilung und eine neurologische Station mit den klassischen neurologischen Krankheitsbildern, beispielsweise Parkinson oder Epilepsie, MS-Erkrankungen oder Demenzerkrankungen. Wir haben noch ein MVZ, das wir mit betreuen und wir betreuen eine neurologische Frührehabilitation mit Beatmungsplätzen.